Die Beseitigung der Fesseln ist eine Aufgabe, die bis in die Gegenwart reicht. Sie stellt sich heute anders als 1970 in Rostock. Geblieben aber ist die Perspektive, dass die Wohnung, das Haus, das Quartier, das Dorf und die Stadt nicht mehr nur Mittel zum Leben sind, sondern die räumliche Seite des gesellschaftlichen Reichtums selbst. Diese Perspektive bricht sich nicht nur in den großen Fragen Bahn wie der Vergesellschaftung des Wohnens, sondern auch in den kleinen, vor allem im Umgang mit dem architektonischen Erbe der DDR. Wie die Debatte um die Nutzung des SEZ im Friedrichshain wieder einmal zeigt, wenn Schreiberlinge vor den vermeintlich nostalgischen Gefühlen derer warnen, die sich gegen den Abriss aussprechen. Wir kommen zu unserem nächsten Redner. Er ist einer von den in Egon Krenz Rede angesprochenen Nachgeborenen. Er ist Geburtsjahr 1989, das Jahr, als es mit der DDR zu Ende ging. Martin Küpper ist Philosoph und soweit ich weiß, sitzt er gerade an einer Biografie über den marxistischen Philosophen Hans-Heinz Holz. Und er beschäftigt sich mit Architektur und Fragen der Raumplanung, insbesondere des sozialistischen Bauens. Und ich glaube, dazu wird er uns jetzt auch etwas erzählen mit Blick auf die Geschichte der DDR. Martin Küpper, bitte komm auf die Bühne. Herzlich willkommen, liebe Anwesende. Ich wurde heute eingeladen, um über die Frage, was bleibt, zu sprechen. Diese Frage ist keine einfache Frage und daher nicht leicht zu beantworten, schon gar nicht für einen Philosophen, weil die haben es ja besonders schwer mit dem Denken. Die DDR ist vor 34 Jahren keineswegs verschwunden. Sie wirkt geisterhaft weiter. Ihre materiellen und ideellen Spuren wurden nicht gänzlich getilgt. Bis heute spielt die Erinnerung an sie und die Auseinandersetzung mit ihr eine wichtige Rolle in den sozialen und politischen Kämpfen. Meine Generation befindet sich hierbei in einer besonders schwierigen Situation. Wir haben die DDR weder bewusst erlebt noch mitgestaltet, aber unsere Lebenswege wurden durch sie und ihr Ende entscheidend geprägt. Nicht nur dadurch, dass wir nun in einer bürgerlichen Gesellschaft leben, sondern auch durch die Relikte einer arbeiterlichen Gesellschaft. Diese sind verkörpert durch Familie, Freunde, Schule und nicht zuletzt die räumlichen Überreste, deren Erhalt bis heute umkämpft ist, wie es das Beispiel um das Sport- und Erholungszentrum, kurz SEZ, in Friedrichshain wieder mal zeigt. Meine Generation ist nun auch Teil der Fäde um das, was manchmal als kollektives Gedächtnis bezeichnet wird. Das kollektive Gedächtnis gliedert sich den Kulturwissenschaften zufolge in ein kommunikatives und kulturelles Gedächtnis. Das Kommunikative bezeichnet die Erzählungen zwischen den Generationen und zwischen den Angehörigen einer Generation. Das kulturelle Gedächtnis speichert das Erzählte in Bild, Schrift und Ton und nicht alles, was das kommunikative Gedächtnis auszeichnet, gelangt ins kulturelle und somit letztlich ins kollektive Gedächtnis. Zum Bewahren, Speichern und Erinnern gehört genauso das Vergessen, Verdrängen wie das Löschen. Es wäre daher unzureichend anzunehmen, es gäbe nur ein einheitliches kollektives Gedächtnis. Und da, wie Egon Krenz gerade vor mir sagte, viele Millionen individueller Sichten auf die DDR bestehen, also wir von vielen Individuen mit unterschiedlichen sozialen Rollen innerhalb einer Gesellschaft ausgehen, dann gibt es das kollektive Gedächtnis nur in der Mehrzahl. Und daran ändert auch die Tatsache nichts, dass äußere Faktoren die kollektiven Gedächtnisse prägen, wie die historische Forschung, die offizielle Geschichtspolitik, die sich in Schulunterricht, Gedenkstätten und Sonntagsreden niederschlagen und häufig in Streit liegen mit dem kollektiven Gedächtnis. Und deswegen sitzen wir ja auch hier. Wie hart diese Konflikte im Falle der DDR geführt werden, wurde erst letzte Woche wieder deutlich. Die Schriftstellerin Jenny Erpenbeck geißelte in einem Radiointerview den Abriss des Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadions. Sie plädiert für einen Umbau statt eines teuren Abrisses. Und dass übermorgen, also am 7. Oktober, mit dem Abriss begonnen werden soll, findet sie, Zitat, bezeichnet. Denn nach den Abrissorgien, von denen das Ahornblatt in Berlin-Mitte und der Palast der Republik nur die bekanntesten sind, sei, wie sie sagt, von der Vergangenheit nicht mehr viel übrig geblieben. Bemerkenswert ist weniger ihr Plädoyer als vielmehr der Reflex darauf in den Medien. Nur drei Tage später versicherte ein Architekturkritiker die Vorwürfe der Schriftstellerin seien, ich zitiere, absurd und, Zitat weiter, blanker, wenn auch gängiger Populismus, Zitat Ende. Die Zerstörung des Stadions sei zwar, wie er sagt, ein Skandal, aber vom architektonischen Erbe sei viel mehr erhalten, als sie denke. Wohnungen, Staatsbauten bis hin zum Fernsehturm. Und im gleichen Atemzug hebt er, wie er sagt, die Erfolge der Zeit seit 1990 hervor. Ich zitiere die Liste. Die Rettung der Altstädte und Plattenbaufürtel, die radikale Verbesserung des Arbeits-, Umwelt-, Luft- und Gewässerschutzes, die Religions-, Meinungs- und Pressefreiheit. Zitat Ende. Und weiter, Zitat, was aber tatsächlich fast verschwunden ist, ist der DDR-typische grau-gelbe Verfall der Häuser und Straßen, der Gestank der Braunkohle und die technische Rückständigkeit. Zitat Ende. Folgen wir also diesem Architekturkritiker, dann hat die BRD die DDR nicht nur überwunden, sondern von fatalen Einzelfällen abgesehen, sogar ihr positives Erbe bewahrt. Ich denke, beide haben Recht und Unrecht zugleich. Einerseits, gerade in den letzten Jahren konnten dank des Engagements vieler Aktiver, vor allem auch meiner Generation, in lokalen Initiativen, in den Landesdenkmalämtern und an den Universitäten Erfolge gegen den weiteren Abriss von DDR-Bauten erzielt werden. Das Stichwort hierzu lautet Ostmoderne. Und andererseits, der Umgang mit dem Stadion zeigt einmal mehr, wie von Teilen der Politik mit Petitionen, kritischen Stimmen und konstruktiven Vorschlägen umgegangen wird, nämlich mit Arroganz. Dieser Schlagabtausch zeigt außerdem, wie es um die Auseinandersetzung um die kollektiven Gedächtnisse der DDR bestellt ist. Es geht nicht darum, der Wahrheit ins Auge zu schauen. Die sogenannte Ostdebatte, wie es manchmal heißt, bildet als Sektor des Meinungsmarktes eben einen vorgeordneten Raum, in dem sich Erzählungen gegeneinander behaupten müssen. Und darin unterscheidet sich der Meinungsmarkt nicht von anderen Märkten. Es ist die Popularität und die zur Schau gestellte moralische Überlegenheit der eigenen Position, die den aktuellen Marktwert der eigenen Arbeitskraft bestimmt. Vorsicht ist immer dann geboten, wenn ein Gedanke allzu glatt erscheint. Eine stringente Argumentation mag zwar wahr erscheinen, aber sie ist häufig einseitig und verschleiert Widersprüche. Der historische Sozialismus lässt sich nicht mit einer Pro- und Kontraliste beschreiben, er bestand objektiv. Was heißt das? Er stellte eine bestimmte Gesellschaftsform dar, die aus einem bestimmten Handeln der Menschen hervorging und die ganz unabhängig von ihrem Verlangen existierte, dieses Verlangen zugleich aber bestimmte und unterschiedliche Interessen hervorbrachte. Er bildete eine Arbeitsgesellschaft eigener Art oder wie der Soziologe Wolfgang Engler sagt, eine Gesellschaft, in der alle arbeiten oder zu arbeiten meinen und die Arbeit allen gehört. Zitat Ende. Niemand kann etwas anderes geben als seine oder ihre Arbeitskraft und niemand kann sich etwas anderes aneignen als individuelle Konsumtionsmittel. Der historische Sozialismus legitimierte seine Unterschiede durch das individuelle Vermögen der Produzenten, die materielle Basis zu schaffen. An die Stelle der Klassenspaltung durch Eigentumsunterschiede trat die Verschiedenheit der Individuen durch Leistungsunterschiede. Oder mit anderen Worten, der Sozialismus war in sich widersprüchlich strukturiert und der Widerspruch ist es, wie wir aus der Dialektik wissen, der den Lebenspuls einer Sache bestimmt. Um dies zu verdeutlichen, bedarf es keiner langen Abhandlung, sondern eines Witzes aus der DDR aus den 80er Jahren, der, wie der Herausgeber schreibt, Zitat, die Vertrautheit mit den hiesigen Realitäten, Zitat Ende, polemisch illustriert. Und wem der Witz nicht gefällt, der möge mir verzeihen, denn ich habe ihn ja nicht erfunden, aber er ist eine wunderbare Quelle. Die sieben DDR-Wunder. Das erste Wunder. Es gibt keine Arbeitslosen in der DDR. Das zweite Wunder. In der DDR gibt es keine Arbeitslosen, obwohl nur die Hälfte der Leute beschäftigt ist. Das dritte Wunder. Und obwohl nur die Hälfte der Leute beschäftigt ist, werden dennoch die Pläne erfüllt und übererfüllt. Das vierte Wunder. Und obwohl die Pläne erfüllt und übererfüllt werden, gibt es in den Läden dennoch nichts Gescheites zu kaufen. Das fünfte Wunder. Und obwohl es in den Läden nichts Gescheites zu kaufen gibt, haben die Leute trotzdem fast alles. Das sechste Wunder. Und obwohl die Leute fast alles haben, nüllt die Mehrheit der Leute rum. Und obwohl die Mehrheit der Leute rumnüllt, wählen doch annähernd 99,99% die Kandidaten der Nationalen Front. Freilich ist dieser Witz eine Überspitzung. Aber die Anspielung auf die Wunder ist eine auf die sieben Weltwunder der Antike, also auf außergewöhnliche Bauwerke. Und auch in der DDR entstand Herausragendes. Wie zum Beispiel der 1966 bis 67 entstandene und von Ulrich Mütter und Erich Kaufmann entworfene Teepot in Warnemünde. Hier in einer Darstellung auf einer Postkarte. Beeindruckend aber, und darauf spielt der Witz meines Erachtens wirklich an, war die Architektur der DDR selbst. Sie war ein Produkt der Geschichte, deren Wurzeln bis in die Oktoberrevolution zurückreichen. Oder in den Worten der Philosophin Käthe Schukroff. Was durch die Oktoberrevolution möglich wurde, war die Kriminalisierung dessen, was Marx als Entfremdung bezeichnete. Das Privateigentum an Produktionsmitteln, die Mehrwertproduktion, der fetischisierte Konsum und damit die Ethik und Ästhetik der Libido. Dies bedeutete schlicht eine abdrubte, umfassende und damit zwanghafte Kriminalisierung bestimmter Formen der Entfremdung auf sehr vielen Ebenen, sozial, ökonomisch und kulturell. Zitat Ende. Kriminalisierung bedeutet hier, dass ein bisher legales Verhalten illegal wird und dies ist ein widersprüchlicher Prozess, denn die Kriminalisierung braucht den Verstoß, um sich als Gesetz zu verallgemeinern. Das ist die eine Seite des historischen Prozesses, der Aufbau einer Gesellschaft, in der die Produktion nicht das Profit des Wegenwaren hervorbringt, die man haben will, weil man sie haben muss, um sozial zu glänzen. Sondern es ging um den Aufbau einer Gesellschaft, in der die Dinge für alle produziert werden, weil man sie braucht, um das Wohlergehen aller umfassend zu sichern und zu entwickeln. Die andere Seite des historischen Prozesses war der Kampf gegen diese Kriminalisierung des Privateigentums an Produktionsmitteln. Sein blutiger Höhepunkt war der Hitlerfaschismus, der zur staatlich organisierten Kriegsmacht aufstieg und den von ihm als jüdisch-bolschewistische Verschwörung apostrophierten Sozialismus praktisch auszurotten versuchte. Der Preis für den Sieg über den Hitlerfaschismus war hoch, die Verwüstungen unbeschreiblich, der Wiederaufbau eine Notwendigkeit. Die Industrialisierung des Bauerns war in der DDR von Beginn an das Mittel des Wiederaufbaus und die fortschreitende Vergesellschaftung des Eigentums an Grund und Boden die Voraussetzung für eine neue Raumordnung, die nun die Dimensionen des Neubaus ganzer Städte umfasste. Zu ihrem 35. Jahrestag gab die DDR ein Plakat heraus, auf dem zu lesen ist Seht, Großes ist vollbracht. Der Spruch teilt das Bild in zwei Teile. Unten sieht man die Trümmer einer Stadt und oben befindet sich ein treppenförmiges Ensemble aus seriell gefertigten Gebäuden. Ein Hochhaus wird gerade aufgestockt, mittendrin ein Gebäude der Jahrhundertwende. Das Café scheint gut besucht zu sein, ein fast idyllischer Sommernachmittag. Das Plakat verdichtet in konzentrierter Form den hohen Anspruch der Baukultur der DDR. Es verbindet Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das Bauen sollte von der Baustelle in die Fabrik, in die Hände der Produzenten verlagert werden und die durch Typisierung egalitär realisierte Baukultur bot das Potenzial zur individuellen Vergesellschaftung. Denn erst die Rekombination typisierter Bauelemente ermöglicht überhaupt eine Variation von Bauten, die nicht privat exklusiv, wie im Kapitalismus, sondern individuell persönlich ist. Der persönliche Raum wird erst durch die postkapitalistische Produktion möglich. Und die Aufhebung dieses Widerspruchs ist nicht immer gelungen. Der notorische Material- und Personalmangel unterminierte die emanzipatorische Kraft des industrialisierten Bauens. Und trotz aller Schwierigkeiten, es gelang Beeindruckendes. In der DDR wurde erstmals die Perspektive artikuliert und praktisch ausprobiert, dass die freie Zeit für die Einzelnen, dass die Entfaltung ihrer Subjektivität auch räumlich realisiert werden muss. So wurde 1970 in Rostock bei im Versuch variables Wohnen 45 Familien unterschiedlicher sozialer Herkunft, jüngeren und mittleren Alters ein innenwandfreier Grundriss von etwa 60 bis 70 Quadratmetern in einer sogenannten Platte zur Verfügung gestellt. Die Teilnehmer erhielten einen Ausschneidebogen, um ihren eigenen Grundriss zusammenzustellen. Durch Gespräche mit Medizinern, Soziologen und Formgestaltern wurden die Teilnehmer so sensibilisiert, dass die Ergebnisse alle überraschten, da sie sich eben nicht an den konventionellen Lösungen, sondern an der Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse orientierten. Nach etwa fünf Jahren wurde untersucht, inwieweit sich die Situation und Zufriedenheit der Teilnehmer verändert hat. Mehr als zwei Drittel, 70, manche Quellen sagen auch 80 Prozent, waren zufrieden und passten die Wohnungen im Laufe der Jahre immer wieder ihren Wünschen an. Der daran beteiligte Gestalter Rudolf Horn fasst die Erfahrungen zusammen. So sahen diese Wohnungen dann unter anderem aus. Und das ist das, was Rudolf Horn dazu sagt. Sobald man die Fesseln wegnimmt und die Menschen ermutigt, sich selbst zu finden, ihnen sagt, überlegt bitte, wie wollt ihr leben? Dann entsteht etwas Neues, Unerwartetes. Die Beseitigung der Fesseln ist eine Aufgabe, die bis in die Gegenwart reicht. Sie stellt sich heute anders als 1970 in Rostock. Geblieben aber ist die Perspektive, dass die Wohnung, das Haus, das Quartier, das Dorf und die Stadt nicht mehr nur Mittel zum Leben sind, sondern die räumliche Seite des gesellschaftlichen Reichtums selbst. Diese Perspektive bricht sich nicht nur in den großen Fragenbahnen wie der Vergesellschaftung des Wohnens, sondern auch in den kleinen, vor allem im Umgang mit dem architektonischen Erbe der DDR. Wie die Debatte um die Nutzung des SEZ im Friedrichshallen wieder einmal zeigt, wenn Schreiberlinge vor den vermeintlich nostalgischen Gefühlen derer warnen, die sich gegen den Abriss aussprechen. Den politischen Fragen, die sich um die gesamtgesellschaftliche Kontrolle darüber drehen, was und wie, wann und wo gebaut und genutzt wird, sind ästhetische Fragen zur Seite zu stellen, wie sie einst der DDR-Design-Historiker Heinz Hürdiner 1980 formulierte. Was isoliert die Individuen voneinander und was vereint sie? Was belastet in der Umwelt und was entlastet unsere Sinne sowie unser geistiges wie physisches Vermögen? Was befreit von Routinearbeit, was vermehrt sie? Und nicht zuletzt, was erleichtert unser Leben? Diese Fragen betreffen jede und jeden von uns im Kleinen wie im Großen. Und bei der Suche nach Antworten können wir viel von der DDR lernen. Vielen Dank. Applaus